Die letzte Runde, bitte. Ich werde links sagen! Es ist schon lang zu laufe! Du, bitte! Wir sind nach vorne! Du, vorne, bitte! Stopp! Stopp! Hey, die... Becker, bleib gerade! Ich sage, weg die Kopf! Jetzt! Ich werde nach vorne! Geh nach vorne, Becker! Becker, geh nach vorne! Becker, geh nach vorne! Du bist raus, du! Und Becker, vier verstecken! Nochmal! Und? Becker! Sehr gut Becker, weiter! Dort, vorne! Becker, du nimmst nach vorne! Und Becker, sie ist schon bald. Becker, Snapash! Das ist Fernando Mazzano, aus Italien. Der Legendentrainer, wen ihr alle schon trainiert habt, kaum zu glauben. Vielen Dank für die Einladung. Schönes Adventsfest und viel Glück und Gesundheit weiterhin im Leben. Wünscht im Karakom das Team vom Adventsboxen TSV Stein Bayern. Frieden sich, um ein Smenkottke zu werden. Meine Damen und Herren, hier das Urteil des Kampfgerichts. Sieger nach Punkten der Kämpfer in der Runde. Vielen Dank, Herr Carmela von S.V.O.P.I. Parvulation. So, liebe Boxballfreunde. Der Chris hat es schon angekündigt. Wir machen jetzt eine ca. 10-15-minütige Pause. Aber ich glaube, es lohnt sich noch ein wenig hier in der Halle zu bleiben. A, ist draußen eh ganz kalt. Und B, ja, in Anbetracht der Jahreszeit und auch bis zum Abends haben wir oben eine junge Dame steht, die die ganze Zeit schon Geschenke und Urkunden verteilt. Aber jetzt noch ein wenig was fürs Ohr uns da bietet. Und ich wünsche mir auch meinen kleinen Applaus und auch die Prosen für die Jule. Kommt jetzt die Oper oder Pop? Fragen Sie Malachow, Russia One. Ohne Urkant. Tag, Sonnenschein und trotzdem ist kalt draußen. Und wir warten auf die Musik. Tag, Sonnenschein. Tja, Boxen und mehr. Beim TSV steil. Ohne Sponsor läuft kein Motor. Mein Credo für den Balken. Mein Credo für den Balken. Ich bin Fernando Mazzano. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mazzano. Wen kennen Sie nicht? Ich bin Fernando Mazzano. Ich bin Fernando Mazzano. Ich bin Fernando Mazzano.